Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zurück zu Total War Warhammer. So, nach einem kleinen Intermezzo, wo wir doch jetzt mal erst mal Stück für Stück und in aller Ruhe hier mal durchgehen, denn wir waren auf der einen Seite zu schnell, zu eifrig und zu siegessicher. Deswegen haben wir auch sehr, sehr viele Fehler gemacht und die gilt es natürlich jetzt auch wieder zu guter Letzt zu handeln. Deswegen würde ich sagen, wir fangen mal an mit den Provinzen. Und arbeiten uns dann Stück für Stück durch. Ja, sehen wir schon direkt das erste Problem. Wenn wir nämlich jetzt einen Attentat machen, dann können die noch nichts machen. Wir müssen erst eine Runde warten, wenn ich das richtig sehe. Ja, 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 so weit sind wir noch gar nicht. Wir können uns noch gar nicht frei bewegen. Ihr macht noch dort, ihr macht noch dort. Wo sind wir denn? Ach hier, genau. So, Stufe 5. Dann wollen wir doch mal gucken. Was machen wir denn mit dir? Ein Zauber klingt eigentlich nicht schlecht. Direkt mal von Anfang an. Unser Kriegerpriester bekommt natürlich erst mal Hammer des Sigmas. Das ist ein sehr mächtiger Zauber. Und dann würde ich sagen, warten wir eine Runde ab. Oder gehen wir erst mal unsere ganzen netten Kommandanten durch. Denn, Charakterdetails. Wir haben eine Menge, Menge Kram mit dabei. Und ich möchte erst mal gerne, wenn es geht, jeden alles wegnehmen. Zumindest so gut wie es geht. Du hast gar nichts dabei, um das natürlich alles hier ohne Probleme noch mal neu aufteilen zu können. Deswegen hier auch mal alles weg. Das darfst du behalten. Den Stärketrank, Waffenschaden, Rüstungsdurchdringender Schaden ist okay. Obwohl, ich finde den Trank der Geschwindigkeit, finde ich besser. Obwohl, nee, behalte den Stärketrank. So, deswegen gehen wir jetzt eben kurz hier durch. Und werden alles mal Stück für Stück ein wenig sortieren. Ja, so soll es sein. Grundrüstung hast du. Achso, noch deine normale Grundrüstung jetzt. Darum geht es ja. So, was hast du denn? Die Rüstung des Schicksals. Wunderbar. Ob sie ja, ein Aboulet, dieses, jenes. Alles raus. Hast du irgendwas Tolles dabei? Nein, hast du nicht. Das ist auch okay. Natürlich haben die neuen Kameraden nichts dabei. Und wir warten. Wir warten jetzt einfach mal eine Runde ab. Und dann gucken wir doch mal, was wir denn so als nächstes machen können. Von Karstein kommt ein nach vorne. Wir können denen auch gleich Frieden anbieten. Das sollten wir machen. Denn die Bedrohung ist ja jetzt erstmal im Großen und Ganzen beendet. Die nächste Konföderation der Waldelfen. Die werden ganz schön, ganz schön, ganz schön mächtig. Muss man dazu sagen. So, also. Erstmal positives Ergebnis. 53 Prozent. Das Attentat ist aber gescheitert. Dann probieren wir es mit dem Nächsten. 51 Prozent sind beide gescheitert. Das ist natürlich schade. So, Provinzen können wir nichts ausbauen. Müssen wir erstmal so halten. Dann haben wir unsere ganzen Helden und Co. Ja. Werden wir uns jetzt auch direkt angucken. Wir fangen dann, denke ich mal an, mit dir. Wir haben so und so noch Missionen. Genau. Ein Kampfzauberer Richtung Ostmark. Schmiede deine Verteidigungs- oder Militärische Allianz mit folgender Fraktion Nordland. So. Die Grundrüstung kriegst du nicht. Du bekommst bitte die stärkste Rüstung, die wir so haben. Die Rüstung des Schicksals ist eigentlich eine sehr starke Rüstung, finde ich, für dich. Deswegen würde ich sagen, kriegst du die Rüstung des Schicksals. Als Waffe gebe ich dir dann auch den Heldentöter. Das sollte passen. Talisman sollte der Rettungszauber mit drin sein. Und dann geht es natürlich um die Gefolgsleute. Führerschaft ist eine tolle Sache. Die Geschwindigkeit der Einheit ist eine tolle Sache. Öffentliche Ordnung in allen Provinzen. Kampagnen Sichtfeld finde ich klasse. Chance auf magische Gegenstände ist auch noch super. Die Bewegungsreichweite auf der Karte ist super. Und dann, was nehmen wir noch mit? Was nehmen wir noch mit? Die Erfolgschanze der Aktion des feindlichen Helden. Damit hier auch nichts passiert. Ja, so hätte ich dich doch gerne erstmal hier aufgestellt. Karl Franz. So, Bonus gegen große Feinde. Plünderer. Willig. Führerschaft beim Angreifen der Armee. Und die Führerschaft des Kommandanten selbst. Das ist doch schon mal praktisch. So, was haben wir als nächstes? Dann nehmen wir natürlich erstmal Volkmar. Ja, der Grimmige. Da müssen wir mal gucken, was wir ihm jetzt geben. Er hat natürlich hier auch einiges, ne? Waffenstärke für Flaggelanden. Das ist es nämlich. Er ist eigentlich ein sehr guter Flaggelanden-Typ. Ähm. Hm, 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 hm. Wir werden ihn auch benutzen mit den Flaggelanden. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Weil die sind doch eine wirklich gute Truppe für ihn. Dann einmal auch für ihn. Die Grundrüstung und Co. Ähm. Um sich herum wirkt sich auf Feinde in Reichweite aus. Minus 8% Nahkampfangriff. Das ist eigentlich okay. Oder wir geben dir einfach mehr Rüstung. Du hast eine Rüstung von 50. Das ist jetzt nicht sonderlich viel. Deswegen kriegst du mal Rüstung plus 8. Als Waffe werden wir dir geben... Nahkampfangriff oder Nahkampfangriff und Angriffsbonus. Äh. Kannste behalten. Magie, Resistenz. Kannste mitnehmen. Verzauberte Objekte. Hätten wir den Trank der Geschwindigkeit. Den werden wir dir mitgehen. Mitgeben. So. Öffentliche Ordnung. Was haben wir noch? Einkommen aus allen Gebäuden. Obwohl. Nimm die mal eben weg. Die passiven Sachen. Die werde ich mir jetzt gleich mal eben kurz bei jemand anderem angucken. So. Und zwar. Unser werter Magier. Reduktion vom Vampirischauen. Chaos Korruption. Dann einmal ins Detail. Ähm. Verzeihung. Wir müssen mal gucken. Was hast du denn für eine Chance hier? Bewegungsreichweite auf der Kampagne ist ja schon mal eine schöne Sache. Öffentliche Ordnung. Oh. Hier. Handelseinkommen. Fraktionsweit. Das kannst du direkt mal mitnehmen. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ähm. Bewegungsreichweite. Kampagnen. Sichtfeld. Öffentliche Ordnung. Ist eigentlich ganz nett für ihn. Damit es da auch, ähm. Jetzt kein Problem gibt. Was hätten wir denn noch? Hinterhalter-Erfolg-Chance. Wunden-Heilzeit könnten wir mitnehmen. Das ist eigentlich ganz nett. Ähm. Chance fremden Armeen dann zu entdecken. Wir benutzen ihn, wie gesagt, halt nur passiv. Und das reicht eigentlich schon für ihn hier. So. Volker, mein Guter. Mal gucken, was wir für dich jetzt noch haben. Einkommen aus allen Gebäuden könnten wir mitnehmen. Öffentliche Ordnung könnten wir mitnehmen. Bewegungsreichweite auf der Kampagne ist immer eine tolle Sache. Der Steuersatz in der Provinz, den nimmst du jetzt mal mit. Kampagnen. Sichtfeld ist klasse. Und dann war es das auch schon. Gut. Dann haben wir natürlich noch, jetzt müssen wir mal gucken, wo ist er hin? So, müssen wir mal gucken. Du bekommst jetzt die Rüstung, du bekommst die andere Waffe. Obwohl, verursacht Angst, verursacht Entsetzen. Finde ich prima. Talisman haben wir keinen mehr frei. Verzaubertes Objekt auch nicht. Reittier hast du auch keine. Was könnten wir dir noch geben? Nichts mehr. Okay. Ist in dem Sinne also alles soweit belegt. So, dann gucken wir hier nochmal eben kurze Reihen. Was könnten wir euch noch geben? Einkommen durch Überfälle. Armee des Helden. Hinterhalt der Erfolgschanze. Wir könnten die ja auch mitkämpfen lassen. So ist es nicht. Und Wundheilzeit. Der Rest ist belegt. Richtig? Richtig. Dann gehen wir nochmal gucken, ob wir Sachen doppelt hatten. Hast du jetzt noch etwas? Hinterhalt der Erfolgschanze hatten wir noch frei. Der Rest ist wirklich belegt. Gut. Sehr schön. Dann haben wir uns nämlich darum dann schon mal gekümmert. Wie gesagt, wir können nichts bauen. Hier ist miese Stimmung. Ich sehe auch schon. Warum? Weshalb warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. und müssen uns natürlich jetzt etwas überlegen. So, ich möchte eine Zahlung haben. 6300. Ist doch nett. Ist doch nett. Haben wir nochmal gut ein bisschen Geld bekommen. Jetzt haben wir erstmal Frieden. Das finde ich ist okay. Mit dem Vampirfürsten hätten wir jetzt noch Krieg. Der möchte auch erstmal keinen Frieden. Habe ich ehrlich gesagt gar kein Problem damit. Die Zwerge. Es verbessert sich. Frühere Abkommen mit Karkstein. Ja, was soll ich denn machen? Was sollen wir denn machen? Das ist halt so, wie es ist. So. Die Vaga, die Skellinger kommen natürlich jetzt im Laufe der Zeit. Der Rothörner-Stamm habe ich schon gesehen. Der ist auch... Der klopft schon vor der Tür rum. Sollten wir aber alles hinkriegen. So, Bretonja. Du möchtest noch nichts von uns. Baston. Du möchtest auch nichts von uns. Ja, Nordland wäre halt, wie gesagt, eine Sache für sich. Ich mag Nordland, aber das sieht bis dato halt nicht gut aus. So. Die Überlegung ist halt jetzt, wir haben ja Krieg halt nun mal mit dem Chaos. Und selbstverständlich auch mit dem einen oder anderen Kerl mit dabei halt. Das Ding ist halt nun mal, komm, jetzt lauf nicht wieder durch unser Land hier. Das gefällt mir nicht, sonst mach ich dich da ganz platt. Bis das Chaos bei uns unten angekommen ist, haben wir nämlich noch so viel Zeit. Wir müssen jetzt in aller Ruhe, zumindest habe ich es jetzt vor, in aller Ruhe erstmal die Provinzen zu erobern, zu halten. Und dann wiederum hier Stück für Stück dann in aller Ruhe weiterzumachen. Diplomatische Beziehung minus 20 mit Ostmark. Die Rebellen aus Ostmark. Ja, sehr schön. Kann man natürlich machen, muss man aber nicht. Du gehst mal mit Marschbefehl hier runter. So, das sollten wir noch halten können. Mir gefällt das nicht so mit dem, ja. Ich meine, wir kriegen ordentlich Geld. Wir werden aber erstmal dabei bleiben. Aber wir müssen hier unbedingt etwas ändern. Sonst geht das auch irgendwann mal nach hinten los. So, du machst mal hier Marsch-Marsch-Befehl, weil ich weiß nicht, was der Kerl da hinten vorhat. Deswegen laufen wir hier mal rüber. Jetzt kommt es erneut aufs Ganze. Attentat wieder gescheitert. Attentat, kritischer Erfolg. Damit haben wir doch den ersten schon mal eliminiert. So, Reduktion von Vampirisch und Chaos-Korruption lokale Provinz. Wir werden diese wieder passiv nutzen. Dafür, dass wir hier alles abschnetzeln können und unsere Provinzen natürlich gut halten können. Bretonnia macht sich wahrscheinlich auf den Weg Richtung Norden schon. Verbessert sich. Krieg mit Chaos-Kriegern. Finden die alle super nämlich, ja. Und gerade weil wir die auch angreifen, kriegen wir jetzt überall ein paar Bonus-Punkte. Grenzstadt werden wir versuchen, das nächste Mal einnehmen zu können, bevor die Grenzgrafen schneller sind als wir. Kann sein, dass der Vampirfürst gleich noch um die Ecke kommt. Bretonnia läuft einfach durch unsere Lande. Aber das sollte eigentlich kein großes Problem für uns sein. Bis das Chaos hier unten angekommen ist. Komm, mach keinen Mist. Nee, macht er auch nicht. Zum Glück. Ja, ich dachte es mir schon, er plündert jetzt hier natürlich fleißig rum. Wir werden ihn damit auch gleich angreifen. So, Plünderung in Raikland. Dann haben wir endlich das Salvenfeuer erforscht. Das ist schon mal prima. Jetzt werden wir erstmal kurz hier unten bleiben. Denn wir werden uns selbstverständlich, ähm, Grenzstadt-Kulia, achso, landesweite Alassa aufzustellen. Also wir werden uns natürlich hier die Provinz holen. Führerschaftseffekt Charakter Aura plus 4 ist natürlich schön. Er ist maesthetisch. Yeah. So, und hier werden wir natürlich dann das erste Gebäude bauen. Und das natürlich dann auch im Laufe der Zeit halten. Und da müssen wir mal gucken. So, jetzt geht es nämlich los. Reduktion vom Vampirischau und Chaos Korruption plus 2 Fraktion. Zweit öffentliche Ordnung. Ja, dann werden wir erstmal die passiven Sachen nehmen, wie die dunkle Kulte ausmerzen. Dauert uns 10 Runden. Benötigen wir aber jetzt auch im Laufe der Zeit hier diese 10 Runden. Können wir irgendwo etwas bauen? Nein, können wir nicht. Das ist okay. Wir dürfen aber weiter hier fleißig einen Attentat verüben. Von 53 Prozent. Attentat ist ein Erfolg gewesen. Handelseinkommen durch Zölle. Handelsabkommen Fraktion 2. Das ist super. Auch wieder ein schöner Passiver. Effekt. So, Helden entsenden. Damit wir auch weiter fleißig hier Punkte bekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hast du den auch jetzt direkt ausgestattet? Nein, nicht hat er, ne? Hat er. Sehr gut. So, dann einmal zu euch. Wir sollten eine sehr starke Truppe haben, dass wir ihm... Dass wir mit ihm hier kein Problem haben. Und er flüchtet. Aber kein zweites Mal. Ähm, ja, komm. So, und da sind wir auch direkt auf dem Schlachtfeld. Diesmal gegen die Tiermenschen. Wir kennen sie ja schon. Hey, yo, der hat doch Fernkampfeinheiten natürlich mit dabei. In dem Sinne Artillerie. Sollten wir aber hinkriegen ohne Probleme. Wir werden, ähm, das Gebiet hier für uns nutzen. So, dann wollen wir mal gucken. Äh, wie machen wir das denn am besten? So sieht doch nett aus. Euch noch so dazwischen. Sehr schön, sehr schön. Euch links, rechts aufgestellt. So, und da haben wir nämlich direkt die Nummer 1. Dann dazu natürlich hier müssen wir auch hier irgendwann mal die Armee ein bisschen ändern, dass wir hier zweimal die Musketenschützen drin haben. So, die Nummer 2 kriegt auch wieder hier den Wachbefehlmodus. Ihr kommt einen Ticken weiter nach vorne. Damit ihr auch direkt von da oben aus her schießen könnt. Ja, das sieht doch schön aus. Und euch beide verstecken wir hier im Wald, falls was schief gehen sollte. Und auf geht's! Da wollen wir doch mal gucken. Ich meine, er hat halt mit seinen riesen Kolossen da halt nun mal eine Artillerie. Die kann man nicht einfach mit Pferden unbedingt umrennen. Aber das sollten wir schon im Laufe der Zeit hinkriegen. Natürlich versucht er uns mit den Chaos-Hunden links und rechts dann zu belagern. Aber ich weiß gar nicht, wo die hinschießen. Das ist nicht gerade allzu toll. Feuert mal bitte, ob die Mino tauchen. So, dann wollen wir mal gucken. Dann wollen wir mal gucken, ne? Die Hunde kommen schon hier von der Flanke. Und die werden wir mal schön hier seitlich aufstellen. Was schickst du da? Ein paar Sperrherden. Das ist eigentlich das kleinste Problem für uns hier. Also im Großen und Ganzen würde ich behaupten und sagen, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Alleine schaut euch jetzt mal die Reichweite an unserer Bogenschützen. Das wird halt so schön. Ja, die werden halt richtig gespickt mit allem, was so Sache ist. So, erstmal Stopp-Befehl. Dann dürft ihr wieder freischießen. Oh, den Kommandanten einmal nach unten. Und da sind auch schon die Hunde. Da sollten wir aber ohne Probleme halten können. Sehr gut. Er ist sehr müde, feuert spezialisierte Artillerie. Müssen wir mal gucken, wie wir das mit denen hinkriegen. Dann bitte einmal auf den Kommandanten. Die Hunde, um die werden wir uns jetzt auch natürlich noch kümmern. Und dann sollte eigentlich die Sache schon gelaufen sein. Die Flanken können wir, äh, Flaggelanten können wir ruhig hinterher schicken. Aber der flieht jetzt auch, der hat auch schon Schiss. Die Hunde machen sich auch vom Acker. Ah, das sieht doch ganz gut aus. Ja, wo er denn hier langlaufen möchte, ne? Achsen-Infantrie. Alle drauf da. So, mal gucken, wie unsere Reichskarde mit den, äh... Ach, Jemine, mit den Zygoren fertig wird. Das ist halt nun mal eine monströse Infanterie. Da müssen wir mal gucken. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Es sieht ganz gut aus. Sollten wir hinkriegen. Ja, die haben schon Angst und fliehen. Der feindliche Kommandant ist damit auch tot. Und damit haben wir auch dann gewonnen. Sehr schön. Gefecht, Ben. So, ein entscheidender Sieg. Wir werden die natürlich, die Gefangenen, hinrichten. So. Sehr gut. Feind im Kampf getötet. Der Kommandant ist damit schon mal hops. Und nächste Runde kriegen wir ihn nämlich dann auch komplett. Wir können noch einen Erlass aussprechen. Er hat das Territorium erteilt hier. Ja. Dich hier bitte. So, sehr schön. Läuft ja bis dato alles nach Plan. Wir haben wieder zwei Provinzen vollständig. Wir müssen diese natürlich jetzt im Laufe der Zeit ausbauen, bevor das Chaos natürlich ja dann ankommt. Bretonnia natürlich unterstützt jetzt oben im Norden. Das finde ich gut, weil ich möchte gerne mit Nordland hier natürlich auch, ich sage jetzt mal Verbündete haben. Mit Grenzstadt sind wir jetzt im Süden. Ich weiß nicht. Oh, das ist sehr gut. Automatisch kämpfen. Der wollte sich davon schleichen. Nichts ist. Auch wieder hinrichten. So können wir nämlich Stück für Stück hier jetzt unser Gebiet sichern. Feind im Kampf getötet. Fraktion vernichtet. Rothörner Stamm ist super. Aufgabe erteilt. Verfüge über drei folgenden Einheiten. Flagge landen. Die Lumpenseelen Flagge landen. In der Armee des Volk... Ja, genau. Von Volkmar. Dachte ich mir schon. Aufgabe erfolgreich. Setzt den Helden ein, um eine Aktion gegen eine Siedlung der folgenden Rasse durchzuführen. Und Tote. Das kriegen wir auch noch hin. Wir haben ja Krieg mit jemandem. Gut. Aber, das sehen wir dann gleich. Bis dahin.